Herzlich Willkommen zurück zu World of Tanks Replays. Meine eigenen Replays. Heute der Skoda Tier 40. Am Gefecht vom 9.2.19. Ein durchschnittliches Gefecht. So, wir wollen mal angucken. So. Das ist ein reiner. Ne, ist gar keine reine. Das sehe ich gerade. Das ist ein 357. Das ist ein Top Tier. Das heißt, wenn man Top Tier ist, muss man vorne hin. Und seine HP so mehr oder weniger optimal einbringen. So, wir fahren zum Hügel hoch. Skoda Tier 40 hat die 8.8er Pack drauf. Von Fischer. Ich finde, das ist ein saugeiler Panzer. Einziger Nachteil, was... Oh, den verschieße ich. Einziger Nachteil ist, man kriegt die Kniffe nicht so weit runter. Also Gun-Tip-Passion ist nicht groß. Oh. Hier links nehmen wir uns so einen anderen neuen Rad-Panzer. Na, jetzt eigentlich schön voll in Interesse. So, ersten Schaden gemacht. Die Hügel sieht aber auch ganz gut aus. Können wir uns da vorbeischieben. Da kommt ein D28. Da kommen wir auf jeden Fall durch. Das sind vierer. Können wir uns mal was fangen. Können wir auch rausnehmen. Jawoll. Super. Er ist raus. So, weiter geht's. Was haben wir da? Ein Heulwagen. Ein zählen. Raus. So, haben wir auch gewonnen. So, nicht mal zwei Minuten rum. Wir haben schon zwei Kills. Wie viel Schaden gemacht, wie unser Panzerstrukturpunkt hat. Das ist immer meine Faustregel. Das muss auf jeden Fall drinnen liegen. Ansonsten war das ein Scheißspiel. Oh. Das ist gerade das Ei. Oh, was haben wir da? Da war was. Okay, der ist weg. So. Drei Kills. Der wurde schon weggenommen. Okay. Da war er nur schneller. So. Hier ist jetzt gar nichts. Steht 9 zu 2. Da ist das Gegner-Team. Also jeder Mann kommt schlecht drauf auf die Gifste. Ganz schlecht drauf. Was war mal da? Kann man da? Kann man da sagen. Da kommen wir bestimmt drauf. Da ist er. Schöner Schuss. 12 zu 3. Oha. Völlig deprimierend für dieses Team. Der steht unten. Da kommen wir nicht drauf. Okay. Dann fahren wir vom Berg runter. So. Wir werden schnell mal. Das Spiel ist gerade mal drei Minuten alt. Und alles ist entschieden. So. Noch so ein IKV. Da steht es dahinter. Da kommen wir nicht drauf. Der ist schon raus. Oh. Und alles ist erledigt. Das Spiel hat gerade mal etwas mehr als drei Minuten gedauert. Und wir haben das Spiel runtergerockt. Geile WN8. Wenn ihr die es interessiert. Ab und zu interessiert ihr ab und zu nicht. So. Gucken wir uns mal die Werte an. 2. Neu-Neu-Charles-Garaffe. 2. Klasse. Kämpfer. Führungsfeuer. Wir haben vier Panzer zerstört. Einiges kaputt gemacht. Was gespottet. Wir sind Erster vom Schaden. Ja. Von Erfahrung. Wir brauchen die Erste. Wir sind Top für unser Top Tier. Optimal fällig gemacht. Sehr gut. Von den 38.000 konnten wir 6 Minuten rausnehmen. Also eine saugeile Runde. Mit diesen Worten verabschieden wir mal bis zum nächsten Replay. Macht's gut Freunde. Ciao. Heute haben wir 57. Äh. 760. Entschuldigung. Wir machen das. Wir machen das. Wir machen das.